Ja Leute, dieses Video ist jetzt ein bisschen kürzer. Ich hab nicht mehr genug Speichelplatz. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie sagt man Speichelplatz. Naja, du hast nicht mehr so viel Speichelplatz. Naja, ähm, hä? Ich hab 19% Speichelplatz. Ah, danke. Und, ähm, ich weiß auch nicht warum. Aber ich hab genug Speichelplatz. Aber ich kann dann halt keine, äh, Videos mehr drehen. Oder wie dieses Format hier. Ich weiß auch nicht warum. Naja. Deswegen ist dieses Video jetzt ein bisschen kürzer. Weil ich kann irgendwie nicht so viele Videos mehr machen. Ich weiß nicht. Einfach mal rum. Ich hab viel Speichelplatz noch frei. Aber die sind irgendwie, äh, äh, das ist schon keine Ahnung. Ist mir so verschlüsselt. Kann sein von meiner, ähm, ähm, anderen Speichelplatz-Karte. Da war ja voll viel drauf. Und vielleicht wurde es davon abgesehen. Glaub ich den dabei nicht. Hm. Sag mal auch was was. Ja. Und du wurdest auch, ähm, von den Rolllots gekippt. Also nicht gekippt. Aber du musstest dich wieder anmelden. Ja. Aber ich bin wieder anmelden. Hier, da grad geht sie. Äh, zur Info. Ich esse grad nie die Wurke. Deswegen, ähm, esse ich auch grad. Meine Cousine auch. Ich mag sehr gerne gucken. Das ist euer Lieblingsmusik. Schreibt's mal in die Kommentare. Ich werde dazu mal wahrscheinlich eine Umfrage machen. Und. 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 Ich würde es auch schon sehen dann. Wenn ihr bei meiner Community guckt. Und ja. Ich hab grad drei Sachen gepostet. Und. 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 Ich will dich nicht drauf machen.